So und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in GTA 5 online und dieses Mal spielen wir wieder die Lesser Quest 3. Viel Spaß mit dem Video. Aha, da will man sein Auto umlockieren. Yeah, das sieht sich noch nicer aus. Ja, vor allem wenn ich reinfahre. Und er hat sich blauen Reifendriftjet gekauft. Haha, voll orange aber der war noch gesperrt. Du musst dafür manchmal irgendwelche Quests machen. Die arbeiten halt schon mit irgendwelchen verkrackten Typen in diesem Spiel zusammen, ne? Ne. Ne, ne, ne. Wenn du da bist, benutze die Keycard, die du hast, um inzücheln. Wir schauen, irgendwelchen Concern, die wir uns woher sie finden in der Labraten. Ich bin. Da liegen wir! jawso Jetzt habe ich keine alle Waffen mehr geschickt Oh, die haben es noch gar nicht bemerkt, oder man? Oh, auch nicht schlecht. Jetzt sind wir gerade auf den gleichen Kopf, ja. Hier, warte, wir holen die gleich beide weg. Okay, gleichzeitig. Hey, es ist Lucha. Wir haben ein Problem. Ich glaube nicht, Dax wird es schaffen. Mama, ich brauche dich, Mann! Oh Mann, ich brauche dich! Okay, jetzt müssen wir, egal wie können wir dich clean machen. Find out where they have lab rat. I'll beat her as soon as I can. Easy, blöd. Gut schon. Das war ja einfach. Naja, schon. War der Key? Nicht mehr da, aber davor war. Mit den offensichtlich gesehen? Nö. Ich muss auf der Map schauen, das klingt dann gerade. Na, ich habe den Schlüssel. Wir wissen, glaube ich, immer nicht, dass wir da sind, ne? Okay, jetzt ist es das Podium-Star, Alter. Okay, jetzt ist es das Podium-Star, Alter. Okay, jetzt ist es das Podium-Star, Alter. Ich bin jetzt um nicht tue. Ich bin jetzt um die Podium-Star, aber ich bin jetzt im alles bestehen. Okay, jetzt sollte ich noch eine Kommission runterziehen, oder? Okay, jetzt muss ich auch noch mal. Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch eine. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 0. Statt. 1. und die machten verpikten scheiß oder was geschlamm der verdient hat so ist habe ich eine krasse waffe ich glaube darum keine mehr erst mal dazu sagen ich sehe keine zu müssen ja ich kann solcher drehen laser gantiger ob gegenwand gegenwand okay es ist ein hartes ding wir müssen aber so viel dass ich hier hinten in sicherheit bleiben wie möglich was ist mit dem eigentlich Können wir diesen geilere Karre haben? Auf den folgenden Karren. Oh, nicht der Herr. Wer war die Granatienwerfen? Wie verschickt ist das eigentlich? Irgendwann. Ich habe die Chemikalien Precursor. 80% des Weltkriebs. All I need is your friend here. He's one of only three people in the world with a PhD in this precise field. Wait, 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 wait. Is this what this is all about? You want Labrack to crank out your shit in a new drug on the cheap? I wanted him to be a pioneer. To help me build a temple of peace and sanity deep in the jungles of South America. He wants to produce drugs and he wants to do it. Too far gone to be useful to me. Yeah. Your other accomplice on the other hand. Really? Look at me. No, look at him. Come to South America. We'll be rich. Don't look at him. Fuck you. Ba-dunk-a-dunk! Idiots! Degenerates! Do it, loot your chairs, Bo! You're blind. What's wrong with you? Why can't you see? Here's with the chairs! The only way! Hey! All I can see is this is pointless. Your time is up! Lights! What the fuck?! Ow! Sorry! Haha, look. Where is he? Shit! With the car! We gotta move! Let's fucking move! Go! Go! Hold drive! Okay. Okay. Warum fährst du? Weil er echt cool bin, oder? Warum hab ich die ranzigste Carrier geklaut da drin? Keine Ahnung, Digga. Wir haben so viele scheißhörige Karrenscheine. Mal sie ab, die Wichser! Ich bin mit C4! Die Jungen kommen wieder hochgepast. Ich hörte... ... Space! Der Schreie, Mann! Sie trägt der Terrafik! Ja, okay. Vielleicht doch mit C4! Warte... Digga, was ist das für dumme Huren eigentlich da auf der Seite? Warte, ich kann's gut funktionieren mit dem C4, ne? Ich muss meine Granaten, die sind auch gut. Die ist nämlich günstiger. Ok, die Karre fährt sich auch so... heiße, Alter! Ja, aber immer noch schwer. Ja, aber immer noch schwer... Ja, aber ich glaube unser... ...dinger verändert sich schlecht besser. ok warum ist er nicht fresh meat und manchmal meat fresh ja digga dann bist du fresh meat und nicht mehr meat fresh um es auseinander zu halten laser gun bring ihn bitte nicht gleich um so das war's mit dem video und wenn ich das video gefallen hat lasst gerne like da und aber den nächsten teil der letzter quest 3 nicht verpasst auch gerne abo bis zum nächsten mal